Einen wunderschönen guten Tag So, Let's Play Minecraft Hardcore Die Insel Nummer 2 Folge Nummer 3 Und dieser Zombie hat es nicht anders verdient Auf der Heimatland Hier wird mein Schwertis kaputt gegangen Nämlich eben die Axt Alles geht ja kaputt Die Tür machen wir mal hier zu Dutzend Enderman nicht angucken Ich brauche, da ist ein Creeper Achter Heimatland, ich brauche Stein Sonst kann ich mir keinen Ofen machen Oh, da ist ein Skelett, Achter Heimatland Geht's hier runter Oh Gott, das ist ja nichts spawnt Hoffentlich kommt jetzt hier keine Hexe von hinten Oder irgendwas Das wäre ja nicht gut Oder ein Creeper oder irgendwas Die spawnen nicht schon ringsrum Ich brauche doch nur Stein Ich will am besten mal zubauen Dass hier nichts reinkommt So, dass hier auch nichts spawnen kann Mache ich hier mal eine Fackel So, wir haben gleich Eisen Ich wollte aber nur Stein So, 6, 7, 8 Und das tun wir mal hoch Äh, da haben wir hier, äh, Sand Die Erde ist auch heilig Hier haben wir noch Eisen Bauen wir ruhig mal ein bisschen mehr Stein Ab Ja, der Zorn Der waltet noch Unter uns Aber Den werden wir jetzt abschaffen Für allemal So, lass mich durch Ich hab Essen im Gepäck Äh, schnell Aber das ist nur ein Hase, würde ich gerade sagen Äh, oh, 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 oh Ne, ne, ne Ach du Heimatland Falsche Richtung Du Scheiße Ach du Heimatland Nicht ins Feld Nein, 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 nein Oh, gut, 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 gut Oh, komm rein, Umi Komm rein Wir haben jetzt hier einen Ofen Und in diesen Ofen packen wir jetzt die Kohle rein Eisen Und ich mach mir mal schnell noch ein Stein Schwert So Dann noch das Fleisch rein Elf, äh, Weizenkörner haben wir hier Äh, wenn es, äh, Tag geworden ist Das, äh, wird das wahrscheinlich bald sein Ich werde jetzt die Nacht erstmal hier ausharren Hier sind Bücherregale Was ich, äh, sehr gut finde Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier mitnehmen Möchte Da unten ist ein Creeper Ich möchte auf jeden Fall, äh, dort rein So, tun wir schon mal das hier hoch Ich mache schon mal noch ein Kohle rein Und mal zwei rein Wir müssen das, äh, Schweinefleisch auch noch braten Haben wir erstmal einen schönen Steak Aber wir dürfen nicht so verschwenderisch sein Wir haben Knochen, können wir Knochenmehl draus machen Ich lasse das aber jetzt erstmal noch mit dem Knochenmehl Ja, meine Liebe Aus dem Zucker kann ich jetzt gerade nur Ne, ich habe keine 25 Papier Ich habe zwar Leder, aber das Leder möchte ich gern für was anderes verwenden Ja, meine lieben Freunde Hm, wir standen ins Fenster Können uns mal eigentlich auf die andere Seite stellen Oder wir tun jetzt hier noch das Schweinefleisch rein Ja, das langt Und gucken hier aus dem Fenster Ach du Heimatland, da steht ein Creeper vor der Tür Äh, Zombie wird jetzt die Tür aufmachen Oh mir Du gehst jetzt nicht raus Warte mal, die darf nicht rausgehen Dann bin ich erledigt So Jetzt steht ja hier der Zombie Wird kein Glas kaputt machen Das werde ich nicht tun Diese Druckplatten Ach du Heimatland, da ist ja noch eine Dorfwohnung draußen Habt ihr gerade gesehen? Guckt mal, wie der Creeper immer hoch und runter schaut Ja, genau Oder so Der wollte sich jetzt, äh, verduften Also wenn es Tag wird, dann werden wir auf jeden Fall das Weizen abbestellen Zumindest das, was reif ist Kann ja dann immer nochmal hierher kommen Wenn wir uns länger hier aufhalten, wird es wahrscheinlich auch wieder reif werden Dann können wir es dann wieder auf dem Rückweg mit heim nehmen Es wird jetzt langsam wieder Tag Vielleicht ist es ein bisschen blöd, dass wir jetzt in der Wüste waren Guck mal, die Omi, die wird schon ganz verrückt Oh Von hinten Haha Und da ist ein Kuiper dort oben Wenn wir jetzt mal runterlocken Hallo Kuiper Mann Dann bleibst du dem dort oben Ist mir doch Wumper So Wir haben nämlich hier Kartoffeln Hey Ich will ja auch noch was abernten Ja genau Hier Hast du deine Samen wieder Ich muss jetzt mal gleich schauen, dass der dort bei den Kartoffeln angepflanzt hat Nicht, dass der dann alles an Weizen anpflanzt Ne, der hat ja Kartoffeln nachgepflanzt Na, der ist schlau Der ist schlauer Das sind ja Möhren Sind die reif Die waren nicht reif Die waren nicht reif Die waren nicht reif Das ist reif So Das ist reif Und wo waren hier noch Felder Dort hinten waren noch Felder Wo kriegt der Schaden Ich will doch irgendwas sehen Hier Wages dir noch einmal Mein Freund So Hier noch So Die zwei noch Da haben wir nämlich ein paar Brote Wenn wir uns da gleich runtergraben Hier ist noch ein Bibliothekar Ist ein großes Örtchen Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas hier um die Ecke zu finden ist Wir haben zwei Kartoffeln Das wird auf jeden Fall nicht reichen Aber die sind noch nicht fertig Wenn wir jetzt unsere Knochen mir einsetzen, dann sind sie fertig Und die kommen alle zu uns So Jetzt ist es fertig 13 Kartoffeln Pflanzen Pflanzen wir die hier wieder an Und dann machen wir dasselbe noch mit den Möhren Wo waren sie? Ne, das Dort waren sie nicht Da hinten, ne? Waren sie hier? Hier machen sie Guck mal, eine Möhre ist sogar fertig Hier hoch Und hier Und hier So, so So Bevor sie es jetzt abbauen hier Jetzt habe ich den Hase eingegeben Guck mal, die Knirpse hier Der Hase rennt mir jetzt hinterher Und macht die ganzen Felder kaputt Und der Bewohner hier Der Das ist mir zu schade Da baue ich dich selber an Da kannst du ja Weizen pflanzen Mein lieber Freund So Wir haben jetzt hier ein ganz schön zugemülltes Inventar Was werden wir mit Das wegschmeißen Das wegschmeißen Das werden wir nicht brauchen Das ist schon mal ein Wolle Ich behalte es aber noch mal als Fäden Da müssen wir noch ein paar Spinnen töten in der Nacht Da haben wir dann nämlich auch Oder haben wir hier irgendwie Eine Dorfbewohnerin Die Wolle handelt Das wäre natürlich auch Das ist unsere Bibliothekarin Mit Köter 2 Genau So Bauen wir uns mal rund Ist er noch irgendwo eine Wache Muss mal aufpassen Das ist jetzt aber sehr ungünstig gelaufen Das ist jetzt aber sehr ungünstig gelaufen So Die baue ich jetzt garantiert Nicht ab Da haben wir schon mal ein bisschen was gefunden Und Sattel ist ja super Das war jetzt mal Akte zum Handeln Das können wir erstmal hier rein tun Die Druckplatte die braucht man eh nicht Kann man mal kurz aussortieren Das brauchen wir jetzt mal nicht Zumindest den Sandstein hier Sandstein, Sandstein Den Sandstein Den brauchen wir jetzt nicht So das Eisen Das können wir ja so Das Gold Knochen Können wir auch so Diamanten Goldknochen Das Maragde Natürlich auch Komm mal Wir haben Brustharnisch Damals schon Voll Rüstung Allein von Zombies Außer die Eisen Das haben wir alles selber Wir haben jetzt einen Inventarplatten Zwei Ziger noch frei Den Sattel Weil wir den mitnehmen Oder den Sattel mitnehmen Für ein Pferd mal später Wir können den ja hier lassen Wir können uns ja merken Hier ist ein Sattel Und dann hat sich die Sache gegessen Ich brauche mich jetzt auf jeden Fall wieder hoch Weiß gar nicht mehr was wir überhaupt auf der Reise hier wollten Wir wollten eigentlich Ach ja Wir wollten Weizen Weizenkorn Da haben wir jetzt 35 Stück Ich möchte gerne einen Stack voll haben Ach nee Wir wollten eine Süßwasserquelle finden Eine Süßwasserquelle Jetzt fällt mir das wieder ein Haben wir noch einen Inventarplatz frei Sonst schmeiße ich nämlich Ah Süßwasser Süßwasser Was ist denn hier? Hier ist ein Fluss Genau Ich setze mir jetzt mal hier Das können wir ja wegschmeißen Gehe ich jetzt mal wieder andersrum Können wir hier schon anfangen Nämlich im Akazienbiom Also in der Savanne Da kriegt man sehr sehr viel Samen Also Weizensamen In der 1.9 gibt es dann auch noch ganz andere Gewächse Rote Beete ist das glaube ich Aber ich weiß jetzt nicht ob die rote Beete Was die jetzt bringt genau Was die an Das schaut interessant aus Und tief Sehr tief Und Das war jetzt riskant Es hätte in die Hose gehen können Aber zum Glück bin ich Kein Schisser Was essen Schafe gefunden Wir haben zwei Inventarplätze frei Wir machen uns jetzt eine Schere Ich mache das jetzt einen Wolleblock Da haben wir nochmal Inventar frei Noch besser Dann können wir jetzt ein Graus Schaf Das möchte ich nicht Wir müssen uns auf jeden Fall einen Inventarplatz frei halten Für das gebratene Schweinefleisch Wie viel haben wir denn noch? Einen Einen freien Inventarplatz Geh mal zurück Geh mal zurück Sputen müssen wir uns Es wird nämlich gleich Nacht werden Und bevor Nacht ist Jetzt wird nämlich schon Nacht Das wollte ich eigentlich verhindern Wollte ich mir mein Essen schnappen und hier verschwinden Es ist auf einmal auch so Weil hier die zwei Weizenkörner sind So Put Und gehen noten Schnell schnell Ciao ciao meine lieben Freunde Und damit verabschiede mich auch Von diesem Dorf Und wünsche euch da draußen Zu diesem Brunnen Wird man natürlich auch das Wasser aus dem Brunnen nehmen können Ist auch eine süße Wasserquelle Mach mir auf jeden Fall mal Hier oben Und eine Fackel drauf Das wir hier wieder herfinden Es regnet Ich setze mich ins Boot Da bin ich geschützt vor Monstrositäten Und es geht gen Norden Und gegen die Koordinaten Die ich mir aufgeschrieben habe Wenn man kurz noch vor mich nehmen Weil es ist etwas dunkel Ja aber meine lieben Freunde Ich würde dann erstmal sagen Das war's In der Folge 3 Wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Minecraft Hotcore Das war die Insel Nummer 2 Würde mich freuen Bis zur nächsten Folge Tschüüüüüüüüüss Bis zur nächsten Folge Tschüüüüüüüüss Über die nächsten Folge